Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Guts and Glory hier auf meinem Kanal der Macintosh. Die Youngs verabschieden sich von ihren versnobten Nachbarn und machen sich auf den Weg. Ziel der Themenpark Gamsi und Goma. Wähle deinen Helden. Zoe, Pedro, Junior, Familie Young, äh, ähm, äh, tschüss, äh, Ah, okay, geht nur mit den Pfeiltasten. Tschüss, ihr versnobten Nachbarn. Hier fliegt so eine Fliege rum, die Frem- Wo ist das Vieh? Also, huch! So, ich muss jetzt erst mal nochmal zurück zu den versnobten. Ich weiß gar nicht, was die, wofür die Maus da ist. Tschüss, ne, tschüss! Huch! Oh, ich fäng... Oh, das ist schlecht. Die Höhe! Huch! Du kommst mit uns mit! Hallo, können Sie bitte von der... ...Motorhaube verschwinden, junge Frau? Oh, offenbar sind dabei alle gestorben. Okay. Bam! Ja, okay, die ist dann irgendwie immer eins mit der Motorhaube. Kannst du bitte weggehen? Oh, er liegt da auch rum? Okay. So, Kind, wir fahren jetzt in diesen Themenpark. Mit Mutter. Die ist auch schon ganz aufgeregt. Oi, oi, dein Ball! Mensch, Kind, jetzt ist er weg. Oh, da ist der Ball! Komm, Kind, den Ball, den holen wir! Ja, ist total spannend, so ein Ausflug. Oh, die Mutter... Oh, die Motorhaube. Ah, okay. Ah, okay. Oh, was ist denn jetzt los? Oi, 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 oi. Ja, hat... Aber was... Was ist... Hä? Sie hat ihr Bein verloren? Oh, das blutet stark. Das ist... Oh. Es hört einfach nicht auf. Oi, oi, oi. Ja, Mutter... Keine Sorge, morgen gehen wir zum Arzt. Ah, ich bin schon wieder von der Straße abgekommen. Oh, hier ist ein... Ah! ...und Kisten, die nichts bringen, außer die Straße zu blockieren. Okay. Auf Straßenfahren ist was für ein Langweiler. Außerdem sehe ich doch da schon den Geschützturm. Der mir jetzt wahrscheinlich volle Kanne in die... Oh. Wer hätte mich getroffen? Ah, bleibst... Haha! Oh. Da geht es anscheinend runter. Wir haben doch einen Ausflug, Mensch. Diese Fliege! So, okay. Oh, guck mal da. Aha! Aha! Ist das nicht ein Freund von dir? Kind. Ich frage ihn mal eben. En... Äh... Hallo, Entschuldigung. Oh, das... Oh, das tut mir leid. Oh, da... Oh. Oh. Entschuldigung, ich müsste da mal... Oh, ich habe meine Tür oder sowas verloren. Oder einen Sitz? Oh, es könnte sein, dass wir hier nachher ein neues Auto brauchen. Nach unserem Ausflug nach Gimsi und Gamori oder... Oh. Das sind... Das sind Straßenbarrieren? Oh. Ah. Oh. Okay. Oh. Kind, Mensch. Oh. Steht hier aber gut. Von deinem Gehirnblutum wirst du dich bald erholen. Da bin ich mir sicher. Yay! 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 Und jetzt kriegst du dir die gegen… Also, ich kann das nicht machen.